Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Raging List. Zwei, im letzten Part haben wir mit Kui gekämpft, mit der tollen Attacke. Ah, Lord, Frisha! Ja, okay. So, den spielen wir ja mal heute. Wie gesagt, ich werde jetzt nicht alle Charakter durchspielen, weil sich viele ähnlich sind und sich kaum unterscheiden. Bei solcher Exoten will ich wirklich mal spielen. Und, ähm, mal sehen. So, auf jeden Fall Gotenks, den spielen wir jetzt mal. Das ist die Fusion von Trunks und von Goten. Die kommt, glaube ich, zum, ja genau, die kommt zum ersten Mal in der Stage von Majin Buu zur Geltung. Also so gesehen Dragon Ball Box 8. Wenn man die nach Serien, die Serie genau will. Und wir spielen jetzt mit dem, mal sehen, welche Attacken der hat. Und, äh, ihr habt mir ja geschrieben, ja, mein Kampfstil ist jetzt nicht gerade so gut. Da hat er recht, der ist wirklich nicht so gut. Aber für die Gegner reicht's, weil die immer drauf reinfallen. Wenn man vielleicht jetzt wirklich einen Spieler hat, gegen den man spielt, äh, ist das anders. Also, weil der merkt dann, was er falsch macht und, äh, ändert seine Taktik. Und dann muss man auch anders agieren, weißt du? Geisterangriff, schießt eine Keerexklusion auf den Gegner, volle Kraft, Energiewelle. Nachbild, große Baumkanone. Ah, interessant. Wir haben erst die erste Form und wir kämpfen gegen Kralin. Genau das wollte ich gerade nicht machen, falscher Mut. So, hier ist Nachbild. Hehe, ja, jetzt gibt's auf die Fresse, Kralin. Ja, bam, 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 bam. Das sieht so fail aus, finde ich. Der bewegt, der bewegt sich irgendwie richtig langsam, aber anscheinend ist es schnell genug. Der bewegt sich wirklich super. Oh, hallo, Kralin. Guck, wie der schlägt, voll langsam. Und hinterher noch eine volle Kraft, Energiewelle. Hier kann man nicht runterfallen, beziehungsweise, wenn ich jetzt nach unten gehe, kann er nicht runterfallen. Hä? Ich kann gerade nicht... Warte mal, ich konnte gerade nicht runtergehen. Was ist denn hier los? Achso, hier geht's ja runter, Mensch. Ich muss mich jetzt erstmal wieder hier dran gewöhnen. So, und hier noch mein Geisterangriff. Das wäre die Hauptattacke. Ach nee, die Hauptattacke sind, glaube ich, drei von den Teilen. So, jetzt kommt der nächste. Ich glaube, jetzt auch mit der letzte. Jan Schumann ist oder wer? Der Piccolo. Darauf hatte ich nicht geachtet, als ich geredet habe. Also, ich glaube, Paul Blume. So, einmal Nachbild wieder einsetzen. Jetzt geht er bestimmt... Ah, jetzt manövriert er sich da unten fest. Oh, es gibt eine... Oh, warte, hier geht's nach oben. So. Es gibt eine super Attacke von Piccolo, die ist richtig geil. Ich glaube, nicht Höllengranate, sondern... Da macht er ganz viele Schüsse in die Lüfte. Oh, die ist richtig geil. Und dann sammeln die sich da. Und dann lässt er sie... Falle! Auf mich! So. Ah, die Map ist eigentlich gar nicht so gut zum richtigen Fighten jetzt, weil, wie man sieht, durch diesen Gottespalast hier ist alles verwinkelt und so. Wenn er runterfällt oder wenn ich von unten angreifen will zum Beispiel, dann geht das gar nicht. So. Ich lasse ihn mal überleben, diesen Piccolo. Ich hoffe, ich bekomme gleich die Saiyajin-Form. Und jetzt mache ich die große Baumkanone, die natürlich dann im Umkehrschluss eine normale Attacke ist, der Super Saiyajin-Form. Und jetzt kommt meine bigge, bigge Baumkrone. Baumkanone, meine ich. So. Er lebt aber noch. Oh ja, keine unbedingt spektakuläre und der ist voll auf der Palme gelandet. Oh, und jetzt kommt der Geisterangriff dazu. Die kann man so leicht abwehren und wie man sieht, hat er nicht unbedingt gerade eine große Reichweite. Oh, das war ein Fehler, Piccolo, du bist tot. Und damit haben wir gewonnen, K.O. Und wir haben jetzt schön mit Gotenks hier abgesattelt hier. Jetzt weißt du, was dich erwartet, Piccolo. So, weil man hat gerade nicht mit der Form gerechnet. Und man sieht hier auch, das fällt mir jetzt gerade erst auf, weil ich noch nie auf die Haare direkt geachtet habe. Und vorne hat er es von Son Goten und hinten von Trunks, also darauf habe ich ja noch nie geachtet. Ich wusste immer, er hat irgendwie graue Haare, aber ich habe den Sinn, beziehungsweise ich habe dann gar nicht nach dem Sinn gefragt oder geguckt. Jetzt weiß ich es. Ist auch irgendwie logisch, ne? Und bei Son Goku und Vegeta, das ist ja Vegeta und beide haben ja schwarz, von daher bleibt das auch schwarz. Und Bomas Haar hat sich durchgesetzt, was auch klar ist, weil das dominant ist. So, sehr schwer gegen Janemba. Gewinne gegen einen Gegner, der immer stärker wird. Gegner sprich mal so, hm, hm, hm. Beende den Kampf, ehe wütende Seele endet. Oh. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Aber ich mache mal erstmal den hier. Und dann den Bossfight. Ich brauche jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir hier schon Platin haben. Hatte ich schon vor etlichen Jahren gemacht, von daher brauchen wir hier jetzt nicht 100% aufrüsten. Aber sonst hätte ich keinen Platin, dann müsste ich jetzt mit euch Platin machen. Aber ich glaube, in diesem Spiel wäre das relativ langweilig, weil... Oh, der ist geil. Oh, den will ich auch spielen. Den will ich... Oh, ich hoffe, den schalte ich gleich frei. Den ganzen Schwertangriff und so. Oh, 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 oh. Ja, der ist so geil. Alter, das ist wirklich der beste Charakter. Ah, Janemba ist richtig cool. Oh, ich hoffe, ich gewinne. Vor allem ist er jetzt super stark. Hier. Oh, scheiße. Ich kann doch nicht mal ausweichen. Oh, der ist so cool. Ach ja, der materialisiert sich auch. Oh, 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 oh. Das liebe ich so. Das ist echt ein cooler Gegner. Beziehungsweise ich will ihn auch spielen. Janemba. Boah, der ist cool. Ah, das freut mich voll, dass ich den gleich noch spielen darf. Super. So. Jetzt sind wir schon auf. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier schon im Petto haben. Natürlich haben wir einen super Kamikata. Tacke. So wie die Japsen das nennen. Ah. Super. Oh, nee. Dammit. Das Problem ist. Ich treffe ihn sogar. Ja. I'll let it see. Zum Befehl. Sir. Ich glaube, es kommt auch im... Ah ja, bei Dragon Ball F5. Wenn ich mich dunkel erinnere, waren da ja... die Leute, die wieder von der Erde aufgestanden sind. Also die Toten mit dem Panzer und so. Quasi der Zweite Weltkrieg irgendwie. Und hat da auch diese Attacke angewendet. Glaube ich sogar. Weiß ich nicht ganz. So. So. Go Tanks. Wir sind einfach Pro mit Go Tanks. Oh, ich will Super-Gendammer freischalten. Komm schon. Es ist so geil. Es gibt ja auch so eine Fail-Entwicklung. Beziehungsweise Fusion. Einmal von Son Goku und Vegeta. Wird auch nochmal bei dem Film gezeigt. Dann werden die richtig fett und so. Da forzen sie. Das ist ihre Hauptattacke. Aber sie können damit tatsächlich aushalten ein bisschen. Ja. Und Abu schwimmen wir auch auf einmal. Auf jeden Fall. Auf einmal. Siehst du hier. Bin ich wieder durcheinander. Und dann von denen hier eben. Ich glaube, da werden sie richtig alt. Huah. Tata-tata-tata-tata. Bam. Bam. Bom. Also, man muss das richtig angehen. Wie gesagt. Zweimal den Zeigefinger. Wir müssen ausgewirkt sein. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Fütende Seele. Buh. Huah. Ich bringe dich um, Buh. Huah. Tju-tju-tju-tju-tju-tju. Das finde ich so richtig geil. Ja. Was? Du willst Stress? Uh. Nimm das hier und das und das und das. Und das. Ja, 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 ja. Ja. Ich will mal sehen, was meine Individuen... Ach so. Einmal oben drin. Eine individuelle Attacke ist. Ach so, die Gesundheit nimmt schädlich zu. Und dazu hat er ziemlich viel sogar leisten. Also, wenn ich den jetzt irgendwie... Was? Wie viel Zeit habe ich denn dafür? Huah. Huah. Nein, ich wollte das nicht. Obwohl, das reicht sogar. Huah. Nein, er hat's abgewehrt. Alter. Huah. 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 Ich muss mir die Missionsziele immer durchlesen. Nein, andere. Ich klicke jetzt auch noch auf andere Missionen. Alter, ich bin so doof. Ach, das ist ja heftig. Ist ja cool. So. Mhm. Ja, Tatsache. Innerhalb von 60 Sekunden. Naja, das wird ja ein Spektakel. Geil. Das ist schwer. Das heißt, ich muss jetzt... Am Anfang... Wahrscheinlich nimmt die Gesundheit... Äh, die, die... Kampfkraft auch stetig ab von Boo. Ist ja cool, wie der sich dreht. Ich fand, bei Dragon Ball... Budokatenka-Sheet 2 war es... Insgesamt einfach viel besser. Da gab's Dragon Balls. Einfach so in der Nähe, wenn man zu zweit gespielt hat. Da gab's den... Nein, was macht der denn da wieder? Oh, scheiße. Das war's. Huah. Nicht Geisterangriff. Du Behindi, Alter. Du bist so ein Behindi? Nichts da. Oh, ich hab verloren. Wir machen nochmal einen Neustart. Ich könnte es mal noch relativ... Äh, eigentlich noch schaffen, aber nee. Bin gerade in der Kombinationskette von Leben. Und da tankte er sich ja natürlich auf. Ku, 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 ku. Ku, 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 ku. Und... Ku. Und Ku. Alter, der weicht ja aus. Seine Hauptattacke ist auch richtig awesome. Huah. Dammit. Nein, er macht wütende Seele. Du, 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 du. Und. Du. Das war nicht gut, weil er lädt sich dann wieder auf. Ich muss ihn kontinuierlich mit einer Kombination in den Schacht halten. Das schaffe ich schon wieder nicht, weil er wieder flieht. Das gibt's doch nicht. Okay. Wie er will. Da war es mit der Idee mit der wütenden Seele von mir auch gar nicht so schlecht, auch wenn ich mich eigentlich verwandeln wollte. Hör nichts da, mein Freund. Damals, äh, hab ich das erste Mal Dragon Ball gespielt bei meinem Cousin. Oh, fand ich das so obercool, wo man Janemba auch spielte und sich dann, also den dicken Janemba, das ging damals noch bei Buduka Tenkashi 2, hab ich ihm abgekauft, also in das Spiel, für einen fairen Preis. Ich glaube, wenn ich das heute noch verkaufen würde, würde ich mehr bekommen, als ich damals ausgegeben hätte. Also, das gibt's doch nicht. Lass mich doch mal in Ruhe, du hässliche Kreatur. Das schaffe ich nicht mehr. Vor allem, der leistet gerade auch Widerstand. In 60 Minuten, das ist echt super schwer. Ich versuche mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Pass auf, jetzt hau ich nach oben, jetzt mache ich das hier. Nichts da. Alter. Das muss ich jetzt machen, weil sonst hätte ich wieder zu viel Zeit verloren. So, jetzt schnell verwandeln, dann nimmt auch meine ganze Kraft insgesamt zu. Jetzt gucken wir mal, vielleicht haben wir ja... Haben wir natürlich nicht. Datorspannung, wir könnten ihn eigentlich locker besiegen. Hwaaaa! Große Baumkanone! Warum hat er denn das abgewehrt? Wie konnte ihm das nur gelingen? Du-du-du-du-du-du-du-du-du... Nein! Oh, es war so knapp. Er macht Wiedergeburt, das heißt, sein Leben füllt sich auf. Hä? Hä? Habe ihn getroffen. Na toll, verloren, aber es war dieses Mal wirklich knapp. Alter, das gibt's doch nicht. Ich will nicht verlieren, ich hasse es zu verlieren. Als Verwandlung, die große Baumkarno, das ist eine gute Kombination. Jetzt muss ich das noch besser unter einem Hut bekommen. So. Wenn ich ihn ja schlage, lädt sich auf jeden Fall ganz schnell mein Key auf. Das reicht. Das benötigt nicht ganz so viel. Das hat er kommen sehen? Unglaublich. Ah. Das ist kein leichter Gegner. Und schon wieder habe ich so viel Zeit verloren, ey. Das regt mich so auf. Was macht er denn mehr, Alter? Der ist so behindert. Kuckuckuck. Das gibt's doch nicht. Jetzt stirb doch endlich mal. Jetzt stirb doch mal. Das hilft nichts. Das zieht zufällig ab und er ist wieder ausgewichen. Alter, hier habe ich echt mein Problem gerade. Hier komme ich nicht weiter. Das ist echt schwer. Gegen so einen. Ich meine, in 60 Sekunden, das ist echt eine schwierige Aufgabe. Das ist jetzt nicht mal eben... Und guck mal, guck mal auf seine Gesundheit. Jetzt könnt ihr nicht schreiben, dass ich ein totaler Lieb bin. Das... Das... Lass uns nicht gelten. Ich bin noch nicht groß. Na ja, doch vielleicht ein bisschen. Er darf auf jeden Fall nicht runterfallen. Das ist mir klar. Weil sonst verliert wieder zu viel Zeit. Alter. Dann weiche ich mal aus und dann sowas. Alter. So eine Attacke brauche ich auch. Weißt du? Weil da... Guck mal auf die Zeit. Genau. Die vergeht überhaupt nicht. Dann wäre das überhaupt kein Problem, sage ich euch. Aber ich habe nur Beschissene. Ja, jetzt teleportiert er sich nicht. So, ganz leicht berühren. So. Nein, nicht nochmal. Du dummi halt. Scheiße. Warum hat er denn nicht sowas? Irgendwie tödliche Kombinationen oder sonstiges. Das wäre super cool. Hätte ich auch eine Chance. Das wäre dann nicht ob, obwohl ich einen totalen Block mache. Zwölf Sekunden, das schaffe ich nicht. Wieder Torspannung gemacht. Ah, wieder neu starten. Es ist schwer, es ist schwer, es ist schwer. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ich habe gar nicht gedacht, es ist...